Moin Moin und herzlich Willkommen hier aus Straßburg. Wir sind in der vorletzten Plenarwoche vor der Weihnachtspause, auf die ich mich persönlich, ehrlich gesagt, ehrlicherweise sehr freue. Und auch in dieser Woche haben wir, Überraschung, viele gewichtige Dinge beschlossen und diskutiert. Fangen wir vielleicht mal mit dem freudigsten Ereignis an. Das Europäische Parlament ist 70 Jahre alt geworden. Ja, 70 Jahre europäische Demokratie haben auch bei mir, jedenfalls die sechs Jahre davon, die ich jetzt dabei bin, oder ein paar Spuren hinterlassen. Aber trotzdem ist es ein freudiger Tag, denn hier im Europäischen Parlament entscheiden wir wirklich für die Europäerinnen und Europäer, wie ihr durch meinen Videopodcast hier wisst, natürlich wichtige Dinge. Ich finde, der Film, der dazu entstanden ist, ist wirklich eindrucksvoll. Ich verlinke ihn euch auch nochmal hier unter dem Beitrag. Schaut ihn euch an, es sind ungefähr fünf Minuten. Es sind wirklich viele historische Momente dabei, auch der deutschen Geschichte, die nochmal deutlich machen, dass wir als Europäerinnen und Europäer gemeinsam so viel stärker sind als alleine. Apropos so viel stärker. Wir haben auch den Haushalt für das nächste Jahr beschlossen. Knapp 180 Milliarden Euro, die wir im Europäischen Parlament ausgeben dürfen. Das ist eine Menge Geld und damit werden wir wichtige Dinge finanzieren, wie zum Beispiel Erasmus. Damit werden wir aber auch Forschung innerhalb der Europäischen Union finanzieren, denen die ländliche Entwicklung, die allgemeine Agrarpolitik, die gemeinsame Agrarpolitik. Also wirklich viele wichtige Dinge. Was wir allerdings nicht bekommen haben, ist endlich ein einheitliches und humanes Migrationsrecht. Da haben wir hier am Mittwoch die Hauptdebatte zu geführt, zur Migrationspolitik, weil wir noch immer an dieser Stelle nicht weiter sind. Obwohl wir als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, wir als Parlament das schon wirklich lange fordern. Und es wird jetzt endlich Zeit. Und das haben wir den Mitgliedstaaten und der Kommission nochmal sehr deutlich gemacht. Wem wir auch eine sehr deutliche Ansage gemacht haben, ist Viktor Orban. Viktor Orban missbraucht sein Rechtssystem. Er schafft die Demokratie ab. Er schafft den Rechtsstaat ab. Und trotzdem will Ursula von der Leyen, will die Europäische Kommission ihm europäisches Geld zur Verfügung stellen, obwohl ein Mechanismus geschaffen wurde, der solchen Kleptomanen wie Viktor Orban sozusagen das Handwerk legt. Und ich finde, es ist ein Skandal, dass Viktor Orban noch weiterhin Geld bekommen soll. Und deswegen haben wir da als Parlament sehr deutlich gemacht, dass wir mit einer Entscheidung, Viktor Orban, der korrupt ist, weiter Geld zu geben, nicht einverstanden sind. Und dann haben wir hier im Europäischen Parlament Russland auch als einen Staat eingestuft, der dem Terrorismus Vorschub leistet. Wir hatten dazu eine kontroverse Debatte. Wir hatten am Ende aber eine recht eindeutige Mehrheit. Oder wir hatten da am Ende, muss man sagen, nicht eine recht eindeutige, sondern wir hatten da am Ende eine eindeutige Mehrheit für Russland, als so einen Staat einzustufen. Und das ist auch notwendig, weil Russland gezielt zivile Infrastruktur angreift, unter anderem Menschen frieren lässt, dursten lässt, indem die Anlagen zerstört werden. Und das sind schlicht und einfach Kriegsverbrechen. Und deswegen war diese Einstufung auch richtig. Als Folge, jedenfalls vermute ich das, das ist jetzt gerade hier am Mittwoch passiert, wo ich das Video aufnehme, wurde das Europäische Parlament Ziel eines Hackerangriffs mit einer DDoS-Attacke, also durch ein Bot-Netzwerk von Infizierten mit dem Internet verbundenen Geräten, die alle gleichzeitig auf die Server des Europäischen Parlaments zugreifen. Es ist bisher noch nicht klar, wer das ist. Das russische Hacker-Kollektiv Killnet behauptet, sie sticken dahinter. Das ist pro-russisch. Die Parlamentspräsidentin Roberta Menzola hat das in ihrem Tweet hier eingeblendet auch nochmal erwähnt. Bisher kann die IT des Parlaments sozusagen die Angriffe abwehren. Ja, der Zugriff auf die Website ist zum Teil nicht möglich, aber er wird, bin ich mir sehr sicher, nach und nach wiederhergestellt werden. Auch die belgische Cybersecurity-Behörde schaut sich den Vorfall an. Damit will ich sagen, dass diese Resolution, die eigentlich unverbindlich ist, aber doch ihre Wirkung nicht erzielt, den Druck auf Wladimir Putin, den rechtswidrigen, völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine endlich zu beenden, auch aus dem Europäischen Parlament ein Stück weiter erhöht. Und darum ging es mit dieser Resolution, darum ging es uns mit diesem Beschluss, deutlich zu machen, dass hier wirklich Wladimir Putin die Grenzen weit, 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 weit überschritten hat und sich aus der Ukraine zurückziehen muss. Mit diesen einerseits schönen Momenten des 70-jährigen Geburtstags des Europäischen Parlaments und den nicht so schönen Momenten, Orban aber eben auch den Angriff auf die Infrastruktur des Europäischen Parlaments, das verabschiede ich mich hier. Wenn ihr mir folgt auf Mastodon oder auf Twitter, halte ich euch da natürlich auf dem Laufenden. Und da schaut doch gerne mal auch bei Mastodon vorbei. Ihr findet mich da unter wolken.at.d-64.social. Schaut da gerne mal drauf vorbei. Würde mich freuen, wenn ihr da seid. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.